... ... ... ... Hey Marco, fahrst du auf, eh? Nein, noch rechts. Ja, wo will ich hin, vor allem wenn ich im Erdgeschoss bin, auf, jo! Schatze, schläfst du? Nein, ich wart mit geschlossenen Augen auf bessere Zeiten. Hallo Schatze, bist du schon daheim? Ernsthaft? Nein, ich streich in Grazka oder Außenfassade runter. Hey, der Rahami. Sehr. Du lebst auch nahe? Nein, nein, nix. Vor zwei Reibach und gestorben. Autounfall. Bist du fuhl? Nein, stirb vor Hunger, fahr jetzt was essen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass das ein Haustelefon ist. Hopp, leider kannst du mir, aber tut's leicht. Hä? Wagner? Ja, Sias, Marco, bist du daheim? Ich bin einfach in der Abwehr rumgefahren und dann hat sich die Geschichte. Telefonierst du? Nein, mir ist oben kalt. Du, ein bisschen wärmer. Ah! Das zieh ich mir auch. Hast du weh da? Nein, du Schwarm! Bin Italiener! Hallo Schatze! Hallo! Grüß Gott! Grüß Gott! Hey, was für Sie? Nein, war's ein Vorher abbrauchen. Zufällig bin ich in eine riesen Loppen Gelern reingeflogen. Ganz blöd. Hä, gehst du fischen? Nein, spinnst meine, wir haben heut schön im Kurs. Grüß Gott! Haben Sie Zigaretten auch? Nein, wir verkaufen das Schuch da. Was für geressen hast du denn? Entschuldige, hast du ein Klo auch? Nein, wir scheiß nicht mehr aufgeraust. Warte, da ist gleich ein Schaufel. Töre! Töre! Was bist du da? Nicht, was du sagst. Keine Ahnung.